Ja, ich habe schon Basenbäder gemacht, aber was hier ganz besonders ist, ist, dass es flüssig ist. Das kannte ich bis dato nicht. Und die pflegenden Inhaltsstoffe geben mir ein besseres Gefühl für meine Haut. Meine Haut ist zart, ist weich, fühlt sich wie gecremt an. Das kenne ich von früher nicht, sondern aus den frühen Basenbädern bin ich oft raus, dass die Haut kribbelte, dass die Haut trocken war und ich nachträglich cremen musste. Und das muss ich mir jetzt überhaupt nicht tun. Ja, also ich genüße das Bad, weil es ist Entspannung pur. Nicht nur, dass ich weiß, dass meine Haut oder mein Körper entgiftet und entfeiert in dem Moment, sondern ich fühle mich auch leichter und fühle mich unwahrscheinlich wohl. Ich kann dieses Gefühl eigentlich gar nicht in Worte fassen. Das ist Entspannung pur. Das heißt, das ist meine Zeit. Wenn ich in der Badewanne liege, dann lasse ich auch alles los. Ich entspanne komplett. Manchmal muss ich aufpassen, dass ich einschlafe dabei, weil das einfach so mich persönlich mir so gut tut. Ich fühle mich richtig erleichtert, auch wenn ich aus der Wanne komme. Aber auch vom Gefühl her, also nicht nur vom Körpergefühl, sondern wirklich vom seelischen Gefühl her, ist es einfach ein Wahnsinn. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich genieße diese Zeit, weil es mir wirklich hilft, für mich einfach runterzufahren und so ganz bei mir zu sein. Also schon nach der dritten Anwendung habe ich ein großes Problem verloren, das ich seit vielen Jahren habe. Ich habe eine juckende Stelle am Rücken gehabt, die mich wirklich gefehlt hat. Das heißt, ich habe mich da auch schon bunt gekratzt. Das ist völlig weg. Und als ich das so realisiert habe, dass ich mich tagsüber nicht mehr kratze, wurde ich mutig und habe mich komplett eingetaucht ins Wasser, weil ich habe mit meiner Kopfhaut Probleme durch trockene Kopfhaut, die juckt und im rechten Ohr durch ein, so wie der Hals-Nasen-Ohren-Arzt mal sagte, trockenes Eczem. Das hat so extrem gejuckt, dass ich immer und überall auch mit Ohnstäbchen unterwegs war, mir auch mal das Trommelfeld zerstört habe bei diesem Spaß. Und auch das ist, seit ich das Bad regelmäßig mache und da komplett eintauche, weg. Und was ich richtig schön finde, ist, ich tauche also wirklich so weit ein, dass nur noch die Nase rausguckt, damit ich atmen kann. Und dadurch hat sich auch meine Gesichtshaut noch viel zarter geworden als vorher schon war. Ich habe eine sehr gut gepflegte Haut, aber das ist fast unglaublich gesteigerungsfähig. Das ist die Veränderung der Haut, das Hautbild und das Gefühl der Haut durch das Bad. Wie funktioniert das, unsere Kur Basenbad? Durch Stress, vor allem jedoch durch säurebildende Nahrungsmittel, werden vermehrt Säuren im Bindegewebe gespeichert, so auch im Bindegewebe der Haut. Die meisten kurativen Ansätze, die Übersäuerung in den Griff zu bekommen, gehen in der Hauptsache von einer Ernährungsumstellung aus. Vernachlässigt wird dabei, dass es damit nicht gelingen kann, die schieren Mengen an Säure aus dem Körper herauszubringen. Bei einem 50-Jährigen kann heutzutage bis zu ein Drittel der Körpermasse aus Schlacken und Säuren bestehen. Wir reden hier also durchaus von 10 bis 30 Kilo bzw. Liter verunreinigtem Körper bzw. Bindegewebswasser, die man nicht einfach nur weghungern und wegtrainieren kann. Es würde vermutlich Jahrhunderte dauern, wollte man das Ganze über die Nahrung allein regeln wollen. Daher verfolgen wir bei unserer Kur neben der Ernährungsoptimierung als Ansatz auch das Ausbaden von Säure und das Ausleiten von Giften und Schwermetallen. Unsere Kurkunden berichten, dass pro Badevorgang durchaus zwischen 200 und 800 ml bzw. Gramm an Säure aus dem Körper austritt, gemessen durch Wiegevorgänge. Auf diese Weise kann man also recht zügig die Säurebelastung im Bindegewebe bzw. in der extrazellulären Matrix absenken. Durch das unsere Kurbasenbad werden die Hautporen durch die Wärme des Wassers geöffnet. Der Konzentrationsunterschied von basischem Wasser außerhalb der Hautzellen und Säuren innerhalb der Zellen bewirkt einen Osmoseeffekt. Säuren werden ganz natürlich aus den Zellen geleitet. Sie gelangen an die Hautoberfläche, gehen dort ins basische Wasser über und werden neutralisiert. Dass dieser natürliche Prozess der Osmose beim Basenbad funktioniert, zeigt der pH-Wert des Wassers. Misst man ihn vor dem Bad, hat er einen Wert von ca. 8,5 bis 9. Nach dem Bad misst man Werte zwischen 7,5 und 8, weil eben die Säure aus der Haut ausgetreten und ins Badewasser übergegangen ist. Das Besondere an dem Unsere Kurbasenbad sind die hautpflegenden Substanzen und ätherischen Öle aus Aloe Vera, dem Öl des australischen Teebaums, Rosskastanie, Rosmarin, echter Thymian, Arnica und Heublumenöl, die neben den Mineralstoffen für den Baseneffekt und vor allem den Hautpflege- und den entspannenden Aromatherapieeffekt sorgen. Das waren die wesentlichen Informationen und Alleinstellungsmerkmale. Wenn du möchtest, erfährst du nachfolgend noch weitere Details, vor allem auch zur Geschichte des Badens. Tausende Jahre war die Körperpflege basisch. Man nahm zum Waschen des Körpers, der Kleidung oder zum Eincremen basische Produkte genauso wie auch zum Putzen und Säubern. Mit Wasser aus einem reinen Becken habe ich mich gebadet, mit Soda lange mich gereinigt, mit gutem Öl mich schön gemacht. So lautet die Inschrift auf einer Tontafel der Sumerer aus dem dritten Jahrtausend vor Christus. Der Kinofilm der Medicus spielt im England des 11. Jahrhunderts. Dort ist gleich zu Beginn die Rede von dem fahrenden Bader, dem sich der kleine Waisenjunge Rob Cole anschließt. Der Bader bringt ihm neben den üblichen Taschenspielertricks auch die Grundlagen der mittelalterlichen Heilkunde nahe. Es existierte früher also eine überlieferte und gelebte Badekultur. Sie war der Weg und der Schlüssel zu Gesundheit und Wohlbefinden. In allen Kulturen der Welt finden sich Hinweise auf stundenlange basische Bäder, die als die wirkungsvollste medizinische Anwendung überhaupt beschrieben werden. Unsere direkten Vorfahren sollen Bärenkräfte gehabt haben. Sie sollen kälteunempfindlich gewesen sein und sehr viel älter geworden sein als wir heute. Von Zeus Gattin Hera wird berichtet, dass sie regelmäßig in ein bestimmtes Bad auf die Halbinsel Argos reiste und jedes Mal wieder jünger zurückgekehrt ist. Das Mittel zur Verjüngung war der sagenumwobene Jungbrunnen. Vor 2000 Jahren erlangte dann ein Bader Weltberühmtheit. Es war Johannes der Täufer. Er benutzte basische Bäder für die ursprüngliche Taufe, die mit der heutigen Taufe nichts mehr gemeinsam hat. Durch die körperliche Reinheit der Bäder klärte sich auch der Geist. Zu Zeiten von Jesus Christus gehörte das Baden zur Kultur der Kelten und Germanen und sorgte für deren Widerstandsfähigkeit. Sie badeten 10 bis 12 Stunden am Tag für 3 bis 4 Wochen. Mitunter blieben sie sogar 2 bis 3 Wochen lang ständig im Wasser, je nach Indikation und Behandlungsplan des Baders. Es war eine effektive und noch dazu angenehme und bequeme Art des Heilens und Verjüngens. Die starke Anziehungskraft der Bäder begründete den Mythos vom Jungbrunnen. Noch bis in die 60er Jahre hielt sich die Gewohnheit aus der heidnischen Zeit, am Sonnabend zu baden, einfach, um für den Sonntag oder für die Feiertage rein zu sein. Denn damals wollte man an Feiertagen in der Lage sein, energetische Verschiebungen wahrzunehmen. Das Feiern spielte sich auf einem feineren und höheren Niveau ab. Heute schwer zu beschreiben und nachzuvollziehen. Das Bad vor dem Feiertag und regelmäßig am Samstag war etwas so Normales wie heute das Essen gehen am Wochenende. Hast du Lust darauf, die alte Badetradition wieder aufleben zu lassen? Mit dem Unsere Kur Basenbad ist das sehr einfach möglich und du holst dir damit deinen persönlichen Jungbrunnen nach Hause. Herkömmliche Basenpulverbäder arbeiten klassisch nur nach dem Osmoseprinzip. Dabei wird durch das hochbasische Wasser die Säure aus der Haut bzw. aus dem Körper quasi herausgezogen. Hierbei kann in Abhängigkeit der verwendeten Pulvermenge und Badedauer die Haut jedoch auch gereizt werden. So hatten wir in einer Anwendergruppe mit klassischen Pulverbädern festgestellt, dass Anwender nach einem klassischen Basenbad wochenlang juckende Stellen hatten. Zum Beispiel in der Armbeuge. Denn der klassische Osmoseprozess setzt leider erst vollständig nach ein bis zwei Stunden Badezeit ein. Aufgrund eines erweiterten Wirkmechanismus genügen bei dem Unsere Kur Basenbad als Badezeit bereits 20 bis 40 Minuten. Also rund ein Drittel der üblichen Zeit. Es ist daher auch in einem stressigen Alltag leicht zu integrieren. Das Unsere Kur Basenbad ist ein flüssiger, basischer Mineralbadezusatz für Voll- und Fußbäder. Im Unterschied zu herkömmlichen Basenpulvern beginnt die Wirkzeit bereits schon nach wenigen Minuten. Dieser nach klassischen Rezepturen hergestellte Badezusatz beinhaltet alle Vorteile basischer Körperpflege. Es findet zusätzlich eine Tiefenreinigung der oberen Hautschichten statt. Dort eingelagerte Stoffe werden regelrecht aus der Haut gezogen und lagern sich neutralisiert durch die Mineralien im Badewasser ab. Die Haut wird remineralisiert und rückgefettet. Du wirst es sofort spüren. Die Haut wird entspannter und fühlt sich deutlich schöner und gepflegter an. Zur Wiederholung hier noch einmal die Pflegesubstanzen, die dazu beitragen. Aloe Vera, das Öl des australischen Teebaums, Rosskastanie, Rosmarin, echter Thymian, Arnica, Heublumenöl, sowie nachfolgende Mineralstoffe, Kaliumstearat, Phosphat, Kalziumcarbonat, Kalziumhydrogenphosphat, Eisenpyrophosphat, Zink, Citrat, Kaliumiodat, Kupfer, Gluconsäure, Selen und Mangan. Es ist also die geniale Mischung aus Hautpflegesubstanzen und Mineralien, die nicht nur für die Entsäuerung sorgt, sondern zugleich die Haut remineralisiert, pflegt und rückfettet. Und über das Einatmen der ätherischen Öle hat man zugleich einen positiven Effekt auf das vegetative Nervensystem. Man entspannt sehr tief, man regeneriert und praktiziert im wahrsten Sinne des Wortes eine Aromatherapie. Auf diesen Fotos wurde das Badewasser mit dem Unsere-Kur-Basenbad 12 Stunden lang stehen gelassen. Es sind deutlich die neutralisierten Ablagerungen auf dem Boden der Badewanne zu erkennen. Wie schnell und effektiv das Unsere-Kur-Basenbad wirkt, bewiesen schon vermehrt durchgeführte Messungen mit sogenannten Biofeedback-Systemen. Nach nur sechs Wochen mit Fuß- und Vollbädern mit dem Unsere-Kur-Basenbad entwickelte sich der Säure-Basen-Haushalt von mittlerer Übersäuerung auf leichte Übersäuerung, wobei der Anteil der chronischen Übersäuerung vollkommen verschwand. Man muss es also nicht jahrelang praktizieren, bis sich Resultate zeigen. Energiereserven erhöhen sich recht umgehend. Die Therapeuten unserer Kurkunden sind regelmäßig positiv verwundert, ob der genialen Veränderungen der Patienten und fragen daher häufig nach bzw. machen am Ende sogar als Kurberater hier mit, weil sie erkannt haben, dass nicht Einzelmaßnahmen den Durchbruch bringen, sondern das große Ganze. Alterserscheinungen sind vordergründig Verschlackungen der Zellen, Gefäße und Organe. Zahlreiche Wissenschaftler, Ärzte und Therapeuten folgten dieser These. Doch es blieb die Minderheit und daher hat die Masse der Menschen diese Botschaft bis heute nicht wirklich erreicht. So hat sich der Gesundheitszustand der Menschheit in den Industrienationen dramatisch verschlechtert. Keine Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren, nicht einmal Krebs. Für diese wichtige Entdeckung bekam Dr. Otto Warburg im Jahre 1931 den Medizin-Nobelpreis. Säure und Anaerobe, also minder durchblutete Bereiche, sind die Grundvoraussetzung für Krankheit. Das bedeutet, dass wir uns mit dem uns nicht bewussten Akzeptieren eines sauren Körpermilieus die Grundlage für Krankheit selbst schaffen. Es ist also von sehr großer Bedeutung, dass du dir diesen Satz einprägst, quasi als § 1 in Bezug auf Prävention und Regeneration. Das Basenbad mutet so harmlos und banal an. Dabei ist es die effektivste Regenerationsmethode und noch dazu diejenige mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Denn wir schleppen literweise Säure mit uns herum. Einzig über das Ausbaden können wir uns dieser Massen von Säure entledigen. Über eine ausgewogene Nahrung verhindern wir parallel, dass nicht mehr viel Säure nachkommt. 500 Jahre sind seit Paracelsus vergangen und unser Leben wurde immer saurer. Der Übersäuerungsgrad in der Bevölkerung ist nahe 100%. Anzeichen für eine hohe Säurelast machen sich meistens im stressigen mittleren Alter so um die 40 bemerkbar. Ein gereizter Magen mit saurem Aufstoßen oder Sodbrennen, Muskelverspannungen, Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit, Schlafstörungen, häufige Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Nieren- oder Gallensteine, Blutgefäßverengungen, Verstopfungen, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Gerade im mittleren Alter, so um die 40 oder 50 strebt man zunehmend und zurecht hin zu mehr Lebensqualität und Vitalität. Hierbei ist wichtig zu wissen, wir können immer etwas dafür tun. Unterstütze deinen Körper bei seiner Regeneration und sorge künftig dafür, dass jede einzelne Zelle störungsfrei arbeiten kann. Wenn du bis ins hohe Alter schön, fit und vital bleiben oder werden möchtest, dann sind basische Bäder ein absolutes Muss. Eine dreimonatige Badekur wird wahre Wunder tun. Mache zweimal in der Woche ein Vollbad, wenn es geht. Wenn nicht stattdessen so häufig es geht, ein Fußbad. Du brauchst dafür ca. 3-4 Flaschen vom Unsre-Kur Basenbad. Für ein Vollbad sind 25-50 ml vom Unsre-Kur Basenbad ausreichend. Solltest du für ein Vollbad noch nicht bereit sein, dann mache so oft es geht Fußbäder. Dafür nehme 10-15 ml auf 5-10 Liter Wasser. Die Füße so tief es geht eintauchen und öfter abreiben. Die Flasche sollte vor Gebrauch kräftig geschüttelt werden, um die Mineralien gleichmäßig zu verteilen. Auf keinen Fall sollten andere Badezusätze wie Salz oder Duftstoffe verwendet werden. Die Badedauer richtet sich nach dem eigenen Wohlgefühl, sollte jedoch nicht länger als eine Stunde dauern. 30-45 Minuten bei einer optimalen Wassertemperatur um 37 Grad wären ausreichend. Achte darauf, dass möglichst alle Körperstellen vom Wasser bedeckt sind. Für die Bereiche Hals, Dekolleté und Brust kannst du dir ein dünnes Handtuch auflegen, das immer wieder mit dem warmen Badewasser gedrängt wird. Höre aber bitte auf deinen Körper und bade nur so warm und so lange, wie es angenehm ist. Alle 10 Minuten sollte die Haut mit einem Lufferschwamm oder einer Massagebürste abgerieben werden. Dadurch verstärkt sich die basische Tiefenreinigung. Reibe bitte immer in Richtung der Lymphknoten. Also von den Ellbogen zu den Fingern, von den Ellbogen zu den Lymphknoten unter den Armen, von den Knien zu den Füßen, Fußsohlen nicht vergessen und von den Knien zu den Lymphknoten in der Leistengegend. Am Körper bitte zur Mitte, also zum Nabel hin. Solltest du deinen Kopf mitmassieren, dann auch immer von oben über die Stirn, über die Wangen in Richtung Hals. Gerne auch über die Nase und Wangen in Richtung Hals. Damit regst du zusätzlich die Lymphe an. Nach dem Baden kannst du die Rückstände mit klarem Wasser abduschen. Besser wäre es jedoch, sich nur abzutrocknen, da die Mineralien auf der Haut noch weiter wirken. Solltest du Hautprobleme wie Schuppenflechte oder trockene Haut haben, dann empfehlen wir, die Haut nach dem Baden mit der dir bekannten Creme zu behandeln. Die Erfahrung der Anwender zeigte jedoch, dass bei regelmäßigen Badern das Eincremen der Haut nach und nach nicht mehr nötig sein wird, da sich die Haut sehr schnell selbst wieder rückfettet. Du hast keine Badewanne oder kannst aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht in die Badewanne? Alternativ werden langfristig auch nur die Fussbäder ihre Wirkung zeigen, denn Füße und Waden werden auch als Hilfsnieren des Körpers bezeichnet. Menschen mit Schlaganfall, Diabetes oder Herzproblemen scheiden sehr viel durch die Füße aus. Offene Beine, Fusspilz und geschwollene Füße sind nur Anzeichen dieser Ausscheidung. Gerade in diesen Fällen kann mit basischen Fussbädern sehr viel bewirkt werden. Von den Anwendern wird berichtet, dass sich die Füße sofort befreit und leichter anfühlen. Die überquellenden Ablagedepots im Körper werden durch regelmäßige Fussbäder langsam entleert. Sofern eine starke Übersäuerung vorliegt, sollten gegebenenfalls erst nur Fussbäder gemacht werden, um den Körper sanft zu entlasten und Nebenwirkungen auszuschliessen. Fussbäder können täglich für 30 bis 60 Minuten gemacht werden. Auch bei Fussbädern gilt, ab und zu die Füße mit einem Lufferschwamm oder einer Bürste abreiben. Bitte die Fußsohlen nicht vergessen. Nach dem Fussbad die Haut nur sanft abtrocknen, nicht abduschen. Bei starker Übersäuerung kann es vorkommen, dass sich die Füße morgens bereits sehr verschwitzt und schmutzig anfühlen, obwohl am Abend vorher ein Fussbad gemacht wurde. Das ist ein gutes Zeichen, denn der Stoffwechsel arbeitet und scheidet verstärkt das aus, was nicht im Körper sein sollte. Viele Menschen übertreiben die Ausleitung und wollen alles schnell erledigen. Bedenke, was viele Jahre im Körper angesammelt wurde, kann nicht in wenigen Tagen ausgeleitet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Wassertrinken. Dadurch, dass unsere Kurbasenbad fast augenblicklich das Lymphsystem aktiviert wird, benötigt der Körper sehr viel transportfähiges Wasser für die Ausleitung. Am besten 2 bis 3 Liter pro Tag. Mit dem Basenbaden haben wir hier nun ein vernachlässigtes, daher jedoch umso wichtigeres Kapitel der Gesundheitsvorsorge abgehandelt. Dennoch ist es wichtig, diese Maßnahmen im Verbund mit einer sinnvollen, zuckerarmen, mediterranen und möglichst basenorientierten Ernährung, mit der Ausleitung von Giften und Schwermetallen und auch im Zusammenspiel mit der Versorgung mit essentiellen Nährstoffen zu sehen. Überdies sollte man mit sich und der Welt im Reinen sein. Ein Großreinemachen sollte also sowohl stofflich materiell wie auch im emotionalen Bereich stattfinden. Ohne emotionale Balance keine Gesundheit. Auch hier können wir mit den Unsere Kurkügele wesentliche Prozesse in Gang bringen. Sprechen Sie mit uns und den Unsere Kurberaterinnen und Beratern. Es folgt nun noch ein kurzer zweiminütiger Erfahrungsbericht. Empfehlen Sie unsere wichtige Arbeit weiter. Abonnieren Sie gerne auch den Unsere KurTV YouTube-Kanal, dann verpassen Sie keinen der künftigen Beiträge. Herzlichen Dank dafür! Ich habe Basenbäder gemacht. Ich mache Basenbäder nach wie vor, denn ich liebe das unsere Kurbasenbad. Man braucht hier gar nicht so lange zu baden wie normalerweise bei Basenbädern. Aber ich bade viel länger, weil es einfach gut riecht. Es pflegt die Haut. Man braucht sich nachher nicht eincremen. Man hat ein geschmeidiges Hautgefühl. Und für mich ist das mittlerweile wirklich fixer Bestandteil in meinem Wochenplan. Und ja, es riecht gut. Es ist wie ein Mini-Urlaub für mich. Das kann uns mit mir bis, wenn ich mich... Bis zum nächsten Mal. ... Tschüss. Tschüss! T Entre V. 탓! ansa дерев!